hi leute willkommen zu einem neuen video heute hat der lol mal wieder was gewünscht crazy fruit soll es sein zocken wir natürlich auf 80 cent hat er sich gewünscht hauen wir raus mal sehen was so kommt wünsche euch viel spaß oh komm Sack. Na komm. Na komm. Na komm. Gibst du med dig. Na komm. 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 Boah. Boah. Der ist ein Sack heute ey. Er würde euch einfach keine Freispiele zeigen. Boah. Ey. Ist doch nicht normal ey. So oft wie der die zwei schmeißt ey. So oft hätte der mal Freispiele schmeißen sollen. Na komm. Chico Banana. Chico Banana. Chico Banana. Die Bananen sind am Start. Komm. Ja wie soll ich sagen. Manchmal schmeißt er frei, ich gehöre manchmal aus. Glückserhalt! Ja, ich gehöre manchmal aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt aber Komm schon Stoppits Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es bringt nichts Heute machen wir keine Freispiele für euch Grüße gehen raus an LOLOL Ich hoffe, das Video hat dir gefallen Für den Rest lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Ansonsten bis zum nächsten Video.